Die Impfkampagne stockt. Nur 1.945 Immunisierungen sind am vergangenen Sonntag verabreicht worden. Das war der schwächste Impftag seit 31. Jänner 2021. Damals sind, ebenfalls an einem Sonntag, 1.428 Impfungen verabreicht worden. Zu dieser Zeit herrschte in Österreich allerdings noch massiver Impfstoffmangel. War es in Vorarlberg nur eine Impfung, so hat es in Salzburg zumindest zwei Immunisierungen am Sonntag gegeben. Die meisten wurden in Wien verabreicht. 1.669, das sind 85%. In der vergangenen Woche sind drei von zehn Erst- und Zwei-Stichen in Wien durchgeführt worden. Bei den Erstimpfungen hat Wien Vorarlberg überholt. Insgesamt haben laut Daten des E-Impfpasses 5.540.156 Menschen bereits eine Teilimpfung erhalten. Das sind 62% der Bevölkerung. 5.243.513 und somit 58,7% der Österreicher sind zweimal geimpft. Seit Impfbeginn wurden 10,5 Millionen Stiche verabreicht.